hey leute und hier die zweite battle und zwar mit dem lukas bei den lüten leute ich fühle mich so richtig scheiße so richtig scheiße ich hab nichts gesagt das war mega lack und dann noch eine explosion dazu ich wusste du nirgendwo dr da lukas die solle jemand doch mama ab an jetzt ich kenne den Kanton den Konten Prozent das ist so viel an den Markt lag es auch gerade zu teuer bei dir was hat das zählen er hat die jetzt haben mehr die zählen wird als weiß noch mal ein kurzer steckte Auer 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 er hat da 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 aber die guter Wichtigkeit hat ich muss mal kurz Grafikeinstellungen ich stelle das mal auf ich tue mal ich tue mal das jetzt so ich lass das mal so ja so umprofessionell mitten in der Aufnahme so was habe ich jetzt von FBS Anzahl 56 ich ja neun Minuten haben noch Zeit für dieses Battle und keiner von uns hat ein Leben verloren gegen das so jetzt ist es so ein kleiner Penalda meine Mutter ich muss das echt raus schneller 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 merkt man jetzt schon hier habe ich jetzt ich habe jetzt ab 41 fp ist schlecht schlecht war so war ja r ich kann euch haben ein Bild von meiner Katze nein das ist ich bin ich Jürgen Träste noch heute getroffen ich habe ein Konzentrieren gegen die Stadt Welt treten wollte du musst wissen ich bin total schlecht im Schießen und du kannst auch mein Teil rein dieser Entspotenzurte durch diese ich trakte gleich meine Bogen weg das war ein Meisterschuss von mir komm mal her oh mein Felsischrott guck mal wo bist du? ich bin immer noch auf deinem Sitz da in der Zeit warum sagt er hat und so greifst mich an er kann sich an die Bewerbung nicht sieht vom Präzter das ist die erste Idee immer ich wieder mal die Bände Pernanke Bambam Bader am 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 da haben so wird es nicht auch schon ich hab's nicht alles hat da oben es wurde gemeint kick-punch und von der Freizeit wieder ich teste dich du bist das klang und gesund das Friedhof Das riecht sich nur ungesund, dumme Scheiße! Und das merkt man aus liebstem Herzen! Und warum hört sich das so rassistisch an? Ach ja, weißt du wie Hitler klingt? Und Hitler war Scheiße! Ich seh dich da unten. Ich bin unten. Äh! Ja, du hast das Schwert gekriegt, was dir runtergefallen ist, natürlich! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Nein! Na, wo? Ma boi! Ma boi! Geht doch! Ich lebe immer wieder. Ja, 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 natürlich! Du, und die Matchellate! Guck! Du findest mich nicht! k k we are going to test b du hast mich doch k k Geil! Geil! Lukas, steh dich hoch! Was denn? Guck mal wo ich bin! Ui! Scheiße! Ich Rodrigue die ganze Zeit verfolgt!! Wow! Yes! Nice! Nur so'n Lame! der er denn dann kann her ja weiter das ist auch gut erst mal direkt die stelle ich mir stimme an als ich bin k neben ja nein ja nein das geht neun Minuten die Leerrunde das ist voll krass ne angefangen neun Minuten muss noch ein Leben und doch am Arsch aber er hat mich geschlagen Mama ja ich bin in der Schule heute oh mein oh ja BITCHFIGHT BITCHFIGHT die letzte Minute BITCHFIGHT vom feinsten und gewonnen yes ich bin der Minecraftner ich bin der Minecraftner ja ich bin der Minecraftner ja ich bin der Minecraftner nein oh warte ich muss mich noch einmal mega in die Luft jagen nein ich wollte mich noch in die Luft jagen ok dann sehen wir uns gleich beim nächsten Battle und bis gleich tschau so weiter gehts mit Lukas ja 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 warum springst du so komisch ich hab extra dumm gesprungen WTF ich dachte das ist explodiert deswegen bin ich jetzt auf die Platte gekommen ja ne das hab ich auch erst gedacht das denkt man auch immer so sofort so hab ich was explodiert ach lass mal ausprobieren an den Gegner's rein bumm ja ich mach das mal extra halt mein Sperma da ha äh raunig ha 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 holl ha ha das war ich doch nicht nein das war jesus ha nein 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 ich hab ne Fack aus aus spürt so ha hart ist sie auch ha 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 e die haben die Luft bösse substantive das sagte die Polizei diese bösen Subjekte Hunde Co he es Subjekte die 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 bestellt ab pro ich habe zu tun nur wo es kamen Euro die Erschwerte aber er ist ein Schwer 2 er hat sich ein Schwer ist das jetzt Achtung ich habe natürlich ich habe Prozent 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 nicht getroffen ja ich dachte ich triff da rein das ist jetzt angezeigt dass du oben Wunder Hau ab! Hau ab! Wunder! Wunder! Wunder Pippi! Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! Völlteuer Werke Wuhu! Wuhu! Ich schaffe es! Ich bin schneller als du! Wuhu! Äh! Du bist runtergefallen! Ey das ist! Hau ab! Nein! Das passt bei Oro machen! Badabadabadam! Ey jetzt habe ich schon so viel Musik in diesen Videos verwendet ne? Ohne Katze die im Hintergrund furzt aber... Gott Katze! My Boy! Ich habe schon gehört was das war! Ein Schaf! Ja aber ich dachte wieder so... Boah! Boah! Da hier sind drei Muschelsuppen gewesen! Lecker! Hab ich erst mal alles verspeist! Denn ohne Fleiß gibt's keinen Preis! Boah! 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 Ich hab so viel Emotionen im... BAAAM Das war mein Gespritzer, Mann Ey dieser Pe-das ist... Ich glaub ich nenn ihn Port Perversität hoch 10 Gabi, Gabi, komm 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 Fibi, komm Fibi, komm Fibi Ich Idiot Du bist so'n Opfer Nein, nein! Ich bin selbst noch reingelaufen, ich wollte skillig machen, bin selbst noch reingelaufen. Mach nix, hab ich noch voll. Und Pfiffi, wie fühlst du dich nach einer Atombombe? Im Flo versenkt worden. Du bist so schnell! Alter, Pfiffi, aus! Bam! Pfiffi, ich werde nicht zu Tode klappen! Hey, hey! Hä, ich kann nicht mehr schlagen. Pfiffi, Pfiffi. Pfiffi, wussu! Hä? Alter, ne. Oh, äh, meins. Hau ab! Keiner will nicht! Mega lang! Boah, alter, wie es laggt! Na, komm mal her, Pfiffi! Pfiffi, komm! Komm her, Pfiffi! Pfiffi, komm her! Och, Pfiffi! Pfiffi, ich hab doch noch eine Atombombe! Pfiffi, komm her! Wuhu! Wuhu! I can lieferkennen! Das funktioniert immer wieder! Das funktioniert immer wieder! Das funktioniert immer wieder! Da fallen so viele drauf rein! Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit! Oder bam, weg ist er! I believe I can fly! I believe I can touch this guy! Damit fallen sie auch oft rein! Oh, da ist noch ne Muschelsuppe, geil! Ey, ich bin voll am skillen! I believe! Er ist der jetzt jetzt so... W suffering! Wer ist da jetzt so? Was ist hier denn passiert? Hab ich gerade, hab ich gerade den dritten Teil von How I Met Your Mother verpasst? BITCHFIGHT! Wuhu! Komm her! Voll die stumpfe Anime scheiße! Bist du tot? Nein. auch mal sind schon 60 minuten aufnehmen los jetzt noch mal sterben alter die schockt ab aber auch so war ich der schuld der schnack abfahrt das ist nicht wahr ich bin bis zum Teil in der Welt dass du dort nö ein auf die Sommelärer aus Sprengen es ist nicht in der Hand es ist es ist in der Hand es ist und Prozent 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 jetzt wird geppetschfeiert also du wirst jetzt das letzte mal und du bist tot jetzt gewonnen möchtest du dich noch bedanken dass du teilnehmen durftest du bist jetzt draußen ja wir sehen uns dann in den rematches kannst du gerne die mädchen kommt so wie marcel da kommt auch in die ring jetzt ist so wenn man mal der feier bleibt ankommen dann wissen wir es dann ist dort kommt oder vielleicht andere wir sind uns dann im nächsten battle bis dann und schau das ist ja sie machen verstehen ich wollte verkaufen so egal ja okay dann sehen wir uns dann bei den nächsten Battle und schau! Geht doch! Ciao! Outro